Es spricht Paul von dem kubanischen Verein, Estrea de Kuba. Das ist typisch der EU-Regierung, der EU-Regierung der Klasse immer und immer mehr. Das ist nicht so erlauben. Die EU-Regierung ist wirklich artifisch der Terrorismus aus der Welt. Und die letzte Äußerung von Blinken, der Außenministerin und seine Vertreter, das ist eine Schande für die, entre comillas, demokratische Äußerung, die EU-Wanzen, Jahre und Jahrhundert. Das ist nicht so, dass die EU-Regierung der EU-Regierung der EU-Regierung der EU-Regierung ist. Viva de Alfreden in Latinoamerika, es leben den Frieden aus der Abel, nicht viva Christi. Viva Maduro, viva die Revolución Bolivarische. Danke schön. Vielen Dank, muchos gracias an Paul. Es kommt jetzt wieder Musik und dann kommt die nächste Rednerin.